Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ey, wir müssen mal von vornherein erstmal kurz was aufdecken, okay? Weil in dem vorletzten Video hat man in einem Party-Royal-Video unten so eine Leiste gesehen, wo so ein Video abgespielt wird. Und da sind direkt wieder Leute dabei gewesen, die geschrieben haben, dass sie enttäuscht sind, dass ich am Faken bin, dass ich doch nicht den Brilliant Bomber habe und sonstige Verschwörungstheorien. Einmal kurz dazu äußern, ich habe mit einem Format aufgenommen, welches nicht in mein Videoschneideprogramm gepasst hat. Dementsprechend habe ich das Video abgespielt, das Video nochmal mit Nvidia GeForce Experience aufgenommen. Und dieses Format, was ich dann hatte, konnte ich dann in mein Videoprogramm einpflegen, also das Video. Und deswegen hat man da unten kurz eine abgespielte Videospule gesehen, weil ich wirklich ein Video aufgenommen habe, aber es war mein Video. Deswegen für die ganzen Verschwörungstheoretiker, die auf mich direkt drauf gehen, bitte deabonniert einfach diesen Kanal. Ich möchte euch hier nicht haben, okay? Danke. Dass man das in Frage stellt, alles gut. Aber dass man direkt irgendwelche geisteskranken Theorien aufstellt, schlecht. So, in dem heutigen Video gehen wir ein bisschen in Systems Party Royale Map rein. Wir machen natürlich jetzt direkt Mikrofon an, gucken ein bisschen, was da so los ist. Wir gehen auch vielleicht auf die eine oder andere Party Royale Map mit Mikrofon. Einfach mal abchecken, mal mit, mal ohne, ihr wisst, wie es läuft. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, go, Junge. So, Leute, wir sind in der ersten Runde drinne und ich sehe, hier sind 17 Spieler ganz genau drinne. Da vorne haben wir schon mal ein Rain Raider, Junge, mit OG Skull Trooper Backbling. Rain Raider, Alter, ich will mal gucken, ob der meinen Backbling kennt, weil ich habe jetzt hier nicht den Brilliant Bomber, sondern ich habe wirklich nur das Brilliant Bomber Backbling hier am Start. Ich schmuggel mich mal hier so ein bisschen rein, Leute. Ey, wir müssen auch noch die Copyright Musik ausmachen, ganz wichtig. So, Rain Raider, oha! Skull Trooper, Junge, wow! Wow, guck mal, wie der da hingeht, der Heske, ne? Der ist ja mal wild, Leute. Rain Raider Hacke, yo! Yo, der Wahnsinn, Alter, Bro. So, und während hier alle auf jeden Fall oben sind, gehen wir runter in den Tresor mal wieder nach langem rein, holen uns da ein paar Waffen. Wow, die haben da, hier führt jetzt eine Treppe runter. Warum führt die eine Treppe? Das müssen wir uns angucken. Wie war denn nochmal der Code? Ich glaube, 197, ne? 1, 9, 7. Oder wie war der? Ich weiß nicht. 1, 3, 7. 4, 3, 7. Oha, okay, 4, 3, 7. LOL, was ist das denn? Wow! Yo! Was ist das denn hier, Digga? Hier ist jetzt nochmal eine neue Launch unten. Das ist ja mal der Wahnsinn. Wie geil hat die das denn gemacht? Wow! Wie krass, Digga. Feier ich ja mal heftig, Junge. Bro, was sagst du dazu? Das sieht geisteskrank aus, ne? Sei mal ehrlich. Heftig, Alter. Wow, okay, ich glaube, der hat mal ein Backlink gesehen, ne? Jaja. Jetzt rennt der nach oben. Keine Ahnung, wo der hingeht. Hier kriegt man auch Münzen, oder? Wie viele kriegt man hier? Ich glaube, eins, ne? Ja, man kriegt hier eine Münze. Sag, Alter, kannst du ruhig mal auf zwei stellen, ne? Auf zwei machen wir doppelte Produktion hier. Auch der Boden sieht ultra geil aus, als wenn das hier Wasser ist. Das ist, glaube ich, sogar Wasser, ne? Ja. Das ist hier Glas. Wer bist du denn, Frau Sanitäterin mit Pinguin-Backbling? Hä? Was geht hier, Junge? Der guckt auch. Der hat auch jetzt meinen Backbling gesehen. Ey, ich habe voll vergessen, hier den Strich wegzumachen. Den habe ich jetzt erst weggemacht. Tut mir leid. Geht, Junge. Du weißt ganz genau, ne? Von wem dieses Backbling ist. Das kann nur von dem Brilliant Bomber sein. Und ich bin der Einzige auf europäischen Server, der mit so einem Skin unterwegs ist. Guck mal, die kommen jetzt alle hier hin, ne? Die kommen jetzt alle hier hin, Digga. Gucken alle meinen Backbling hier, Junge. Okay, jetzt auf einmal hier komplette Volksversammlung. Es ist eine Verschwörung im Staat. Es ist hier eine Verschwörung, Leute. Eine absolute Verschwörung. Soll ich in den Spind reingehen, sagst du, Spagelspezialistin? Ja, soll ich in den Spind reingehen? Kommt die jetzt alle runter, oder was? Ich sehe schon, alle kommen runter. Okay, komm, wir holen die Brilliant Bomberin rein. Hier nochmal für die Leute, die im vorletzten Video gesagt haben, dass das hier Fake ist. Und was weiß ich nicht alles. Ja, hier seht ihr die ganzen Skins, Leute. Hier sind keine Platzhalter. 418 Skins sind drauf. 25 Stück favoritisiert. Wenn Skin Changer wäre, dann würde man den Farbbomber durch den Brilliant Bomber ersetzen. Und wenn es ein Skin Changer wäre, dann hätte man hier nicht dieses Icon, dass hier ein Brilliant Bomber angezeigt wird. Und dann würde hier auch der ganze Stuff und so auf jeden Fall nicht stehen. Also hier sieht man den Farbbomber und hier ist halt eben der Brilliant Bomber. Warum ich das sage? Weil, wie gesagt, im vorletzten Video wieder welche gesagt haben, ganz wenige Leute, ich glaube nur zwei Personen, dass das hier irgendwie Fake ist oder so. Nein, Leute. Es ist verdammt nochmal real shit. Vor allem haben wir hier auch eben das Backbling, ne? Das Backbling seht ihr auch hier. Da, Kiris Lama, Junge. Das ist nämlich von der Brilliant Bomberin. Seltenstes Backbling in ganz Fortnite. So, jetzt gehen wir mal raus. Gucken wir mal, was hier so los ist, ne? Okay, oh. Yo, wie viele? Yo, yo, yo. Oh mein Gott, Bro. Warum sind hier so viele Leute auf einmal? Green Raider ist auch da hinten. Ich komme hier nicht raus. Ey. Green Raider, Alter. Wait. Green Raider. Wow. Ihr blockiert mich. Hallo. Der hat sogar noch OG Ghoul Trooper. Jetzt hat der OG Skull, OG Ghoul, Green Raider, Green Raider Hacke. Hat der auch noch, äh, hat der noch, äh, Aerial Soul Trooper? Hast du noch Aerial Soul Trooper? Hast du noch andere OG Skins? Geh mal rein. Haben auf jeden Fall alle anonym drin, sehr viele. Ich weiß nicht, wer der Red Raider und der OG Ghoul Trooper ist. Kann ich leider nicht wissen, Leute. Wir machen mal ein Mikrofon an, okay? Abflug. Was macht ihr hier? Äh, hier hat der, da, Son-Den-Di-Zoer. Hallo. Bist du den Code für die Lounge? Ja, ich weiß den Code, aber ich sag den nicht. System. Ey, Lex4, bist du das? Ne, oder? Um reinzukommen in die Lounge. Doch, lol. Wer sind denn hier die beiden Renegade Raiders, Digga? Hast du noch andere OG Skins außer Renegade und Sky? Boah, jetzt kommt Ghoul Trooper. Ja, Ghoul Trooper hast du auch noch, stimmt. Ghoul hast du auch noch, hast du auch Ariel. Boah, Digga, wenn du nur Ariel hast, dann wäre absolut ein geistig krankes Level. Ne, hast du. Ey, Digga, aber Triple, Junge. Holy Shit, Mann. Hast du auch den Gleiter? Ariel? Oder Mako? Ne, aber Mako doch bestimmt. Ja, Mako hast du. Krass, krass krank. Okay, Leute, ich geh dann jetzt hier raus, ja? Leute, ich kann keine FAs schicken, das geht nicht. So, Leute, jetzt sind wir hier nochmal in den normalen Party-Royale-Lobby. Wir gucken noch einmal kurz, was hier so los ist. Und ich bin mal gespannt, ob einer von den 31ern meinen Back-Bling erkennt und dementsprechend darauf schlüsselt, dass ich den Brilliant-Bomber besitze. Weil wir sind natürlich hier ein bisschen undercover unterwegs. Aber wir haben auf jeden Fall ein kleines Indiz. Und zwar unser wunderschönes Back-Bling. Warum machen die denn hier so L-Dance, Alter? Boah, die sind ja richtig toxic, Alter, Junge. Was geht denn hier ab, Digga? Der No-Skin, der will jetzt auch ein Dance-Battle haben. Oha, No-Skin hat Szenario. Ueeh... Und so floss. Hier sind beide auf den hier vorne, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wer hier den Stress gemacht hat. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Deswegen mische ich mir hier auch nicht ein. Ich mache einfach nur mal Stop hier so mäßig. Zu jedem hier so. Sollen wir hier alle aufhören, Junge? Boah, der ist auch zu mir toxic. Ich sage doch zu euch allen, ihr sollt aufhören hier. Ich bin auch hier ein netter Hase. Die zwei Bananen machen das richtig. Die machen hier ein bisschen Humpa-Lumpa. Machen entspannten Fuchs zu zweit, Digga. Äh, da... So, 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 so was will man hier sehen. So was will man hier sehen. So, ich würde sagen, wir holen jetzt einfach mal auf spontan den Brilliant-Bomber raus. Und dann machen wir weiterhin diesen Emoji. Weil ich glaube, das Back-Bling fällt jetzt nicht direkt auf. Außer man weiß ganz genau, dass es den Brilliant-Bomber gibt, Leute. So, Leute, jetzt haben wir hier den Brilliant-Bomber, Junge. Und jetzt machen wir hier weiter mit Stopp hier. Hört mal auf damit. Ihr sollt jetzt damit aufhören. Der kennt den Skin auf jeden Fall. Beide aufhören hier. Alle drei. Oh, jetzt tut sich was. Nee, nicht streiten. Nicht streiten. Nee. Auch nicht Daumen nach unten. Herr No-Skin, was geht? Herr No-Skin, guck ganz genau hier, Junge. Bananen ist auch auf einmal am Start. Aber wir haben die jetzt auf jeden Fall... Boah, Bruder, ich kann leider nicht, Digga. Ich kann nicht nicht... Ich küsse dein Herz, aber ich kann nicht nicht enden, Digga. Äh, es tut mir leid. Ich kann es leider nicht tun. Das geht leider nicht, Herr No-Skin. Wer ist denn hier dieser kleine No-Skin? Tolo RLP. Doktor Sozialpädagoge. Sozialpädagoge? Ja, was war denn jetzt hier gerade daran sozial? Also, ich würde das jetzt nicht als sozial betiteln, was hier gerade passiert ist, Herr Sozialpädagoge. Geiler Name auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut gepasst zu der momentanen Situation hier, ne? Was ein kleiner 31er Junge. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Ja, wer ist denn hier dieser Weltraumforscher? Der Dario, der ist auch deutsch. Und wer ist hier dieser toxische gewesen? Das ist ein Engländer gewesen. Der war auch so ein bisschen zu mir toxic, ne? Jetzt steht der nur noch und macht gar nichts mehr. Ob ich am Aufnehmen bin? Ach, nee. Herr Sozialpädagoge weiß Bescheid, oder wie? Ja, 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 Herr Sozialpädagoge. Sie liegen da vollkommen glühend richtig. Ich glaube, der will jetzt bestimmt die Skins zeigen. Wir haben ja auch gerade schon gesehen, der hat The Floss und alles drum und dran. Gucken wir mal, Herr Banane, auch ein High Five, oder was? Oh, der hat auch seltene Emotes, okay. Was schreibt der denn da hin, Junge? Jetzt Herr No Skin, was hat der? Fischkopf mit Black Knight Backbling. Herr Sozialpädagoge. Das ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Machen wir einen Daumen nach oben, würde ich sagen, ne? Babakombo, ich sag dir ehrlich, Babakombo. Ach, und er, du weißt Bescheid, ne, Herr Banane? Herr Banane, Alter, Junge. Oh, 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 oh. Das sind Dinger, ja, komm, lass Dance Battle machen, komm. Du musst anfangen, du hast herausgefordert. Ich nicht. Okay, der hat Szenario, den habe ich leider nicht. Den habe ich auch nicht. Den habe ich auch nicht. Die ganzen OG-Sachen habe ich nicht. Bantans haben wir. Oh, den haben wir auch nicht, diesen Feuer. The Worm haben wir auch nicht. Season 2 Battle Pass ist hier einfach nicht drauf. Okay, den haben wir. Den haben wir auch nicht. Nee, nee. Den haben wir auch. Es ist kompliziert. Den haben wir auch nicht. Okay, oi. Den haben wir auch nicht, Bruder. Dieses Laufen haben wir. Okay. Okay, nee, dieses Tischtennis-Ding, der war auch schon länger nicht drin, ne? Jonglieren auch nicht. Filmaufnahme auch nicht. Nein, auch nicht. Den haben wir. Der war auch heute im Itemshop noch. Okay, den haben wir auch. Den haben wir auch, Bruder. Ja, den haben wir auch, die E-Gitarre. Den haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Den haben wir wiederum. Der war aber vor zwei Tagen, glaube ich, drinnen, ne? Ja, den haben wir auch nicht. Okay. Uh. Den haben wir auch. Sauber machen haben wir nicht. Okay, Junge. Der macht sehr viele Emotes, die jetzt auch vor kurzem im Itemshop waren. Die nicht so selten sind. Der war auch vor kurzem im Itemshop. Haben wir aber trotzdem natürlich nicht, ne? Jetzt bin ich dran, okay? Okay, Junge. Okay, also. Hast du den hier? Hast du den hier? Hast du den hier? Hast du den hier? Oh, der hat ganz viele, ne? Den? Den hat der nicht. Den hast du auch nicht. Den hast du auch nicht. Äh, den hattest du, glaube ich, auch nicht. Oh, den hat der. Der ist selten. Warum hat der den nicht favoritisiert? Schlenke, hast du den? Den hatte der aber, glaube ich, ne? Den hatte der auch nicht. Den? Den hat der? Hat der diesen Fidget Spinner? Den hat der auch. Greasy? Äh, ne, wie hieß der noch? Saubere Grooves, ne? Auch nicht. Lane Dance hat er. Travis Scott? L Dance? Hat der nicht? Okay, doch, hat der. Doch, hat der. Okay, den hat der auch nicht. Den hat er nicht. Den hast du auch nicht. Ne, den hast du auch nicht. Doch, den hat der, okay? Hype. Den hier? Headbanger? Auch nicht, okay? Den hier auch nicht. Doch, den hat der auch. Den hat der auch. Digga, der hat schon babamäßige Sachen. Nein, ich sag dir ehrlich. Der hat schon sehr viele. Den hat der nicht. Den hat der auch nicht. Bel Air? Auch nicht. Den hier? Auch nicht. Okay, Digga. Also, ich würde sagen, GG. Ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat. Wir haben einfach beide gewonnen. Ne, ich bin nicht die Eins. Ne, 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 ne. Was hat der hier hingeschrieben? Z, Y, Z, irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, Herr Banane. Wer ist denn hier diese Banane? Entweder ist es der Jason, Junge. Oder es ist nur der Jason, Digga. Jason, ich küsse dein Herz. So, wir gehen nochmal in eine andere Runde rein, ja. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich küsse euer Herz. Abflug. So, wir sind jetzt nochmal hier in eine Party-Royal-Lobby. Ähm, ich weiß auf jeden Fall ganz genau, dass die Leute hier wissen, was das für ein Skin ist. Zu 100% weiß ich, dass sehr viele Leute in dieser Lobby hier ganz genau wissen, was das für ein Skin ist. Da kommt auch schon der erste Junge. Ja, ja, Digga. Der ist auf jeden Fall stacked, Junge. Der ist auf jeden Fall stacked hier, siehst du? Ja, ja, der ist schon krass, Digga. Ich sag dir ehrlich. Gibt es hier einen High-Five oder was? Perfekt. Ey, er weiß Bescheid. Ja, ich bin am Aufnehmen, Junge. Giamato. Wow. Giamato kennt den Skin, Junge. Und er weiß, dass ich damit auch momentan ein bisschen am Aufnehmen bin. Okay, okay. Du bist aber ein hübscher Halo-Skin. Okay, Giamato. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Ich gehe mal in die Masse rein, okay? Wie beim Fitness. So, ich muss jetzt noch mal kurz den Strich oben wegmachen. Wichtige Geschichte, weil ich vergesse sehr, sehr oft den Strich wegzumachen. Ich sehe da unten auf jeden Fall schon den Arda. Der chillt da unten. Ja, Miriam. Wer ist denn diese Miriam, Digga? Hat Arda eine Freundin oder was? Hier, Miriam ist wild. Und dann haben wir hier noch... Warte mal, wo ist hier dieser Blacks... Oh, der Tristan ist auch drin. Junge, hier sind voll viele von meinen Leuten drin, Alter. Ich sage dir ehrlich. Hier, den kennen wir, Junge. Hier, den kennen wir, Junge. Wow, Junge. Wow. 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 Okay, dann haben wir hier noch den Arda. Und dann noch hier die Miriam. Miriam ist wild. Seid ihr beide ein Pärchen oder was? Seid ihr beide ein Pärchen oder was? Ja, ja. Aber hier steht Miriam oben. Doch, ich glaube schon, ne? Sei ehrlich, Arda. Hör auf zu lügen, Alter. Wir beiden, oder wie? Alles klar. Neues Pärchen, würde ich sagen. Ah, hier kommt der Tristan. Mit seinem OG Skull-Tupa. Guckt euch jetzt mal an, was der alles für Emotes hat. Ich zeige euch. Mach mal Dance Battle. Zeig mal deine Emotes. Achte drauf, der ist geisteskrank. Der hat so viele seltene Emotes. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Junge. Es ist absolut geisteskrank. Es ist absolut geisteskrank. Ohne Spaß. Oh, Fernglas hatte der. Pick it up. Headbanger, Junge. Lama Kadabra. Beruhigt dich. 500 Tage nicht mehr drin. Hula. Jetzt hat er noch Schuhplattler. Dieses Handy auch schon 600 Tage. Digga, zu krass, Leute. Zu krass. Gleich kommt dieser Emote. Zisch auch noch. Ihr müsst nur drauf warten. Der kommt jetzt gleich. Hat er noch diesen hier. Dann hat er noch den, Junge. Träger schaffen. Auch ultra selten. Stocksauer, Junge. Taco Time. Warte, lass mal hier kurz gucken. Widows Pirouette. Überschwang. Diesen, boah, Junge. Es ist einfach nur heftig, Digga. Also Dance Battle, ich würde sagen, der würde fast jeden Hops nehmen. Bleib ruhig jetzt hier. Friesi. Friesi, bleib ruhig jetzt hier. Reicht jetzt. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal in die Masse rein. Ja. Miriam und du, hör auf mit dem Finger auf mich zu zeigen. Wir gucken mal, was hier hinten am Lagerfeuer los ist. Den Zenorostock, den kennen wir auf jeden Fall auch. Der chillt die ganze Zeit hier in dieser Party Royale Lobby. Lex vor. Da ist er wieder mit seinem OG Ghoul Tupa. Wow. Junge. Geisteskranker Scheiß. Ghoul Tupa einfach der Beste. Ich sag ehrlich. Zwar nicht der seltenste Albert, aber der Beste. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Er macht MVP. Ich küss sein Herz. Was macht der denn da hinten? Was hast du denn da jetzt gemacht? Tristan. Was hast du denn da jetzt gemacht? X. X. Wir haben es ganz genau gesehen. Und die Sarah wird das auch sehen. Ja, ja. Jetzt auf einmal weißt du nicht mehr, was du gemacht hast, ne? Ist klar, Junge. Ist klar. Ganz genau. Ne, hör auf dich vor mir zu verbeugen. Wenn, dann mach ich das nur. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus. Ich hoffe, euch haben die Party Royale Videos gefallen. Weil wir waren jetzt in verschiedene Party Royale Maps. Wenn ich das auf jeden Fall in Zukunft auch öfter machen soll, dass ich in verschiedene Party Royale Maps reingehe, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, haut da rein.